so dann es ist was wunderliches passiert und zwar ich habe mir neue boxen geholt für den rechner weil die alten waren halt wirklich schon ein bisschen alt es ging auch nur noch eine seite war ein bisschen nervig und ich hatte früher immer ist das skyblock nein wir haben uns hier einen kleinen skyblock selber gebaut um ein bisschen rauszukommen wenn du hier runter schaust das ganz normal land und wir haben auch eine fette base auf land jedenfalls hatte ich früher immer so ein kackstörgeräusch vom gaming pc auf den stream pc in der tonspur ja gestern die neuen boxe angeschlossen heute schaue ich rein nichts mehr voll gut deshalb auch games und inzwischen ein bisschen lauter ich muss sehr runter regeln sonst hat man immer die ganze zeit so hätte man immer gehört war blöd deshalb habe ich das ein bisschen runter geregelt früher jetzt wieder auf laut weil störgeräusch ist eben nicht mehr da finde ich ganz gut wird das gerade nacht nee und zwar ich wollte vorbereitungsmäßig wir schmeißen mal kurz ein paar von unseren steinen in den ofen wobei ich glaube wir haben sogar noch genug ich würde nämlich gerne hier den nähte habe ja reicht würde ich gerne so ein bisschen ausbauen dass er mal hübscher wird ich nehme alles mit so dass hier nehmen wir mit sieben stück ganz ehrlich leck mich mache ich nicht so wir werden natürlich auch sehr viel glas brauchen habe ich noch sand ja ist jetzt nicht so viel hier war glas das nehmen wir mal mit gegebenenfalls färbe ich das noch mal um da wär eigentlich lila ganz geil ne ich bin kein portal weder noch das ist ein realm also vom prinzip her eine survival welt in form von einem server für eine begrenzte anzahl an personen also es ist multiplayer und doch singleplayer irgendwie sowas aber wie krieg ich ein lila glas mit blau und rot ne würde ich jetzt mal einfach so in den raum schmeißen ich gucke mal kurz bisschen farbstoff haben wir noch und ich glaube wir hatten auch noch blaue blumen so rot haben wir noch blaue blumen leider nicht so viel wie ich dachte so oder können wir violett raus zwölf stück dürfte für nid erreichen also wenn ich dürfte könnte ich mitspielen rein theoretisch ja das würde nur einen moment kosten weil schlechte erfahrung gemacht ich würde jeden spieler nachher kontrollieren müssen das ist schon hart laut oder ja wie gesagt ich würde jeden spieler nachher kontrollieren müssen weil wir einfach leider schon wo weil wir einfach schon sehr schlechte erfahrung gemacht haben aber nämlich ist nicht so laut okay dann sind es die kopfhörer vielleicht stelle ich die mal ein bisschen runter das war gerade sehr laut für mich man ich komme immer aus dem konzept was wollte ich denn sagen ach so ja schlechte erfahrung also ich würde vom prinzip deinen spieler namen kontrollieren zwecks ehemalige spieler namen ob da was bekannt ist und sonst grundsätzlich gilt wer grieft fliegt raus aber sonst ist jeder willkommen die frage ist ob sich das noch lohnt weil ja ja ich habe das gott warte ich schicke gleich den ding rein weil das ding ist wenn das update kommt fliegt diese welt dann fangen wir eine neue staffel an warte ich gehe mal noch mal das ist so ekelhaft laut für mich sekunde ich stelle mich mal kurz ins haus weil dann kann ich kurz an den anderen rechner ohne gefahr zu laufen gleich tot zu sein ist immer schön wenn man nicht gleich stirbt so sekunde ich wechsle den pc dann kann ich dir das nämlich einfach in den chat rein kopieren wo waren das noch mal ich finde das immer nicht ich bin ich bin aber auch manchmal ein bisschen dumm oder du gibst mir einfach dein discord name ich glaube das ist für mich tatsächlich leichter andersrum wo waren das ja ich glaube so ist einfacher warte ich kopiere mir das kurz raus mit dem fln ok ich probiere es einfach so 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 jo solltest du bekommen haben weil dann schmeiße dich auch gleich hier in die minecraft gruppe mit rein da sind halt alle drin die ab und zu spielen da können wir zusammen quatschen so da haben wir so nicht so jetzt hast du noch deine anfrage für die gruppe dann kannst du einfach reinkommen dann können wir quatschen und ich müsste eigentlich wieder dann bin ich ja hier fertig oder jo hallo moin so dann können wir weiter zocken ja wenn du mir dein gaming namen also dein minecraft namen sagst würde ich dich könnte kurz gucken ist gerade eh nix los ich hab zeit ja warte ich kopiere den so nochmal einen anderen rechner ist ja alles wenn ich jetzt die seite auf annie wieder finde also mein name ist ich schreib den einfach in den chat oder soll ich ihn einfach sagen schreib einfach in den chat dann kann ich ihn kopieren ja ich glaube damit wird sonst niemand was anfangen können großartig also ich weiß nicht genau ob es groß oder klein ist der ist deswegen werden wir gleich sehen alles gut kein stress so auf welcher edition ist das auf der aktuellen 1 16 5 ok dann muss ich grad so minecraft neu starten so auch noch nie den minecraft namen geändert sehe ich ich sehe alles so warte dann gehe ich nochmal kurz hier rüber nochmal daraus spieler einladen also jetzt muss ich abschreiben 8 toll und falls fragt warum ich heiße das war meine schwester die mich so genannt hat also ja ist doch nicht schlimm so ich muss noch mal schreiben lernen bloß wenn du jetzt bei minecraft dann auf realms gehst müsstest du eine einladung bekommen und kannst ganz normal mitspielen du wirst aber sehr sehr weit weg von mir raus kommen ich bin bisschen gewandert so und wir sind wieder im game achso ja ich wollte ja eigentlich in den neta ne ich bin wie kann ich rein nach der play genau so da machen wir bretter draus wie jung sind sie jung ist gut 25 ja 25 und spiel immer noch minecraft ich geb es ja zu ja ist ja nicht schlimm es gibt viele leute die dann sagen mit 25 spielst du noch minecraft willst du nicht mal was anständiges machen ja die frage ist jetzt wie komme ich zu dir ich könnte dich her teleportieren wenn du sagst du hast bock auf skyblock weil du kannst auch ganz normal irgendwo bauen wo du willst kannst du hier alles holen haben wir alles da dann dann mache ich das mal derselbe schreibfehler wie gerade eben auch ich bin so absolut lernresistent so moin ich würde dir ein paar setzlinge geben du kannst hier auf der grünfläche bisschen holz farmen wenn du stein farmen also sind die bäume da ja die ja das ist mein kleiner park der soll schon irgendwie bleiben ich würde dir ein paar setzlinge geben je nachdem was du für holz möchtest ich hätte fichte eiche schwarzeiche birke und akazie ich würde eiche nehmen kriegste so einmal ich kann doch mal gucken ich habe bestimmt noch bisschen werkzeug rumfliegen ich könnte dir die diamantschaufel geben die bräuchte ich nicht so schau mal schmeiße ich einfach hin sonst habe ich gerade tatsächlich gar nichts da ich würde dir noch zeigen wir haben einen kleinen koppel generator den kannst du auch gerne nutzen ja nur dass du dann bescheid weißt aber ich gehe dann wieder in den meter du kannst hier eigentlich es ist auch noch stein drin kannst du auch nehmen also eigentlich kannst du dich bedienen wo immer du möchtest das ist die frage jetzt bräuchte ich nur noch essen ein bisschen essen habe ich bestimmt auch noch übrig ich schau mal eben ja ein paar ofen kartoffeln sind auf jeden fall noch drin ein zombie ja ich glaube ich habe da nicht alles ausgeleuchtet muss ich zugeben naja ja ja ist das hier eine farm oder was ist das äh ein knochenmehl generator also oben grünzeug rein und ein knochenmehl raus kann ich mir so ja klar du kannst dir so viel nehmen wie du brauchst kannst eigentlich kannst du dich überall bedienen auch bei den feldern solange sie wieder anpflanzt ist alles cool ich habe jetzt neun knochenmehl auf einem baum gesetzten gemacht das ist nicht hoch gegangen ich habe noch einen vorrat ich habe noch einen ganz großen vorrat ähm ich nehme dann nochmal den ein bisschen warte ich habe eine viel bessere idee ok so hier brauchst du kein knochenmehl mehr danke sollte reichen dann gehe ich mal wieder in den neta und mach deine kleine basis dann pfanz meine bäume an und so jo du kannst dir dann auch hier irgendwo eine kleine insel oder was bauen und dich irgendwo niederlassen wenn du da Bock drauf hast hm hm wie will denn dieser baum noch von baummehl äh von diesem mehl essen manchmal manchmal sind sie scheiße manchmal wollen sie echt viel ja alter komm verpiss dich doch hab ich schon einen halben stack drauf gemacht äh ok das sollte natürlich nicht so sein vielleicht welche hülle sind wir boah sehr hoch aber bäume wachsen ich habe ja auch schon ein paar gepflanzt äh mh ich weiß noch gar nicht wie groß wir das hier machen wollen aber einfach mal drauf los würde ich sagen oh geil ich habe die sogar dabei 203 sind wir zur maximale höhe nicht 200 und 265 äh keine ahnung also man kann zumindest auch die großen fichten noch bauen und solange das funktioniert und solange das funktioniert ist mir der rest eigentlich relativ egal ich habe jetzt schon ein ganzes der knochen mit drauf gemacht versuch mal einen anderen setzling vielleicht oder schau mal ob das äh eichensetzling ist oder schwarz eiche nicht dass ich dir jetzt ausweisen ich habe dir ausweisen die falschen ging das tut mir leid ähm wenn du in mein haus reingehst ist die Truhe die praktisch nicht an der seite ist sondern diese doppeltruhe nach vorne da sind die setzlinge drin ok ich gucke einfach ich glaube wenn ich alle Truhen durchsuche dann finde ich die ja genau die sind relativ sortiert halbwegs kann ja mal passieren ups so ok ähm noch größer oder ja m du musst doch schlafen können solange ich im nieder bin eigentlich achso klar das kann ich jetzt wieder nicht aufnehmen ähm weg damit weißt du was komm halt doch bitte die klappe da unten dr r n n n n n die halten ganz mal so aus diese komischen jaja ich hab tatsächlich noch nie mit dem gekämpft die hatten sie ja ja diese drecks schweine so da wäre die bahn noch nie jetzt auch noch ein gas oder was denkst du ich jetzt heute noch full iron oder ach bestimmt ich könnte dir auch einfach full iron geben das ist ja langweilig ja deshalb mache ich es auch nicht creeper 3 creeper geil ähm ich will auf jeden fall nicht dass ein creeper hier explodiert äh da passiert nichts also mob griefing ist aus äh wo ist nochmal der coppestone generator wenn du unter meinem balkon durchläufst die nächste insel praktisch ja also da wo diese großen bäume sind mhm ne ach da hast du ja enchantning genau ähm wie gesagt unter dem balkon durch dann kommst du da hin ja ich kann bei cool also mach ich hier die tülle ähm und dann mach ich hier die tülle ähm 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 muss äh ich muss äh deine insel mal ein bisschen ähm besser bedeuten normalerweise auf der insel selber ist nix weil das äh nur ein halber block ist also diese bauerninsel die ja aber da bin ich auch noch lange nicht fertig da kommen noch ein paar felder äh 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 Es gibt schon ein paar Fortschritte, die wir natürlich noch nicht haben, aber... Habt ihr ne Monster-Form, wenn ich fragen darf, oder was ist das hier? Jein, es gibt einen Geheimgang vom Cobble-Generator, aber so wirklich effektiv ist die aus irgendeinem Grund nicht. Weil das ist da drinnen eher sehr laut. Ach so, beim Cobble-Generator ist... Ich hab den nicht komplett hinten dicht gebaut, hätte ich vielleicht machen sollen. Und ich glaube da sind ein paar Zombies drin. Aber aus irgendeinem Grund auch schon immer, die wollen da einfach nicht mehr raus. Ich hab den einen Schrauben mit dem Auf uns selbst. Ich habe den Schrauben jetzt versucht, was ich nur noch einmal einen Schrauben zu machen, wenn es rüber anfangen ist. Ich habe den Schrauben in der Schrauben, die Schrauben zu machen, dass ich ein Schrauben muss. ich hab dir geholt oder das ist ein absoluter random zieht da haben wir nichts dran gemacht auch inzwischen gar nicht mehr so selten tatsächlich ist der dschungel ja gut wenn du mal in deine koordinaten schaust wir sind auch extrem weit weg vom ursprungsborn kann man schon mal finden ich wollte gucken ob es wird nur noch ein Weg nach oben geht ja gibt's ja so ein Elevator so ein Ausdruck mit ihm ja genau so ganz billiger ja da wo die der komische Block hat man das du atmen kannst ja nicht nur dass du atmen kannst das ist ja auch der Block der dich so schnell nach oben treiben lässt okay tschau leben ich muss auch irgendwo eine stelle finden wo noch keiner irgendwas ja gut ein bisschen Eisen wirst du glaub ich finden weil unter unserer Insel waren wir gar nicht so viel unterwegs also ich habe einen kleinen Strip Mining geschafft aber das ist wirklich klein und habe ich auch noch nicht viel rausgeholt so 1 2 war ja klar dass das wieder nicht aufgeht dann machen wir einfach alles zu dann mal eine Werkbank fast da sind 1 2 3 4 Endermänner auf dieser Insel da töte sie ich habe gar nichts und nicht mein Schild um die zu blocken Edelmann bist du der Kollege von Domi äh welchen Domi meinst du ich kenne inzwischen zwei und bei dem einen weiß ich gerade mal so dass er Domi heißt Gott sei ja Kollege ist ja noch untertrieben wir sind Geschwister von unterschiedlichen Eltern so warte mal ich wollte hier ja ich brauche erstmal eine Kiste du darfst aber auch Karl zu mir sagen weißt du was gerade passiert ist? nein da war so ein Slap also ein Half Slap ja ich dachte da unter wenn noch eine habe ich nicht abgebaut ich bin ganz runter gefallen unter den meisten Half Slap ist nix äh ich bin sein neuer alter Nachbar freut mich äh wenn der später mal online kommt werde ich ihn dafür loben das ist sehr lieb von ihm dass ich da weiterempfohlen werde was du nicht weißt das hat er nur gemacht um dich zu ärgern weil der Kanal wirklich absoluter Müll Schmutz ne Spaß eigentlich ich glaube es ist ganz lustig manchmal so so da haben wir nämlich den anderen Domi den ich jetzt auch kenne moin es geht ähm warte mal hier schmeiße ich mal alles rein was ich gerade nicht brauche datte hier zum Beispiel ich brauche noch eine Kiste ich brauche noch mehr Holz vor allem aber bist du gerade im Netter oder wo bist du? ich bin im Netter äh na davon muss ich mich glücklich Edelmann Ehrenmann so ähm warte mal wenn ich jetzt 16 Stück kriege ich 2 also auch 32 Lila mach mal mach mal einen halben Stack so dann machen wir das Ganze hier in Lila das wird im Leben nicht reichen niemals oh weißt du was schlau wäre wenn ich jetzt weggehe und mir einen Spawnpoint machen das wäre grundsätzlich nicht verkehrt ja jo Kenny kommt auch gleich sehr schön wer kommt gleich? äh Ken Block eigentlich Domi warte mal der hat mir so viele Namen gesagt wie ich ihn nennen darf aber der kommt auch gleich der ist also auf dem Server äh auf dem William ja genau genau ja wir sagen trotzdem meistens Server vom Prinzip ist es ja dasselbe kostet halt ein bisschen Geld ne? du das kostet dein Server aber auch nee es gibt kostenlos man kann auch einen kostenlosen Server machen ja ja schon aber dann hast du Wartungsarbeiten ne? achso warte ich wollte Merklaus es gibt ja auch diese billigen Server da wo du immer extra starten musst damit du hast welche raufkönnt ja das ist halt auch eher blöd ne ich finde den William eigentlich eine ziemlich geile Alternative weil ich dadurch auch besser kontrollieren kann wer auf meiner Welt alles spielt und wir hatten halt zum Beispiel mal jemanden der war sehr lange dabei dann war er mal weg dann hat er sich mit einem Fake Account wieder reingemogelt und hat halt alles kaputt gemacht und deshalb überprüfe ich inzwischen Minecraft Namen lila Glas doch ich meine gut durch das lila Glas sieht man halt gar nichts wir haben ja so eine Farm gebaut ne? ja nein was für eine Farm? äh XP Farm also Monster Farm ich habe auch eine XP Farm die ist aber ein bisschen weiter weg und die ist wirklich asozial ist das Zombies vorne? nein Enderman ach ja im Ende die ist halt einfach anders böse ähm ein Jahr schon und dann willst du da aufhören wegen dem neuen? jo weil wir sonst dann werde ich auf jeden Fall auch dabei sein sehr gerne das Problem ist sonst wir müssten halt äh mega mega weit weg um die neuen Sachen alle mitzubekommen und hat keiner von uns Bock drauf deshalb haben wir gesagt wir fangen neu an wir haben auch diesmal so ein bisschen also diesmal soll es ein bisschen Richtung Story gehen ähm wir arbeiten mehr zusammen dass halt nicht jeder nur sein Ding macht sondern halt ein bisschen Teamwork und ich glaube dann wird das ganz cool Mahlzeit Mahlzeit hallo ihr könnt euch selber gegenseitig vorstellen ne ich hab da keinen Bock drauf also ich bin Dima und ich bin gerade das Jahr davor glaube ich nach einer halben Stunde drauf gekommen Dima ist auch ein cooler Name ohne Scheiß ich hab mal jemanden im Urlaub kennengelernt der heißt auch Dima also hat er zumindest gesagt oh ja ist halt ein typischer russischer Name ja ich wollte es gerade sagen großen Name wobei gibt es also es ist mehr geworden ist zwar jetzt nicht typisch für das Land aber Polen und so hat inzwischen auch Dima sehr oft ja weil Polen ist auch eh nicht für Russisch Sprache naja ich spreche beides davon nicht und das obwohl ich tatsächlich sogar polnische Vorfahren habe also mein Nachname ist auch noch polnisch aber keine Ahnung interessiert mich auch nicht ja vielleicht hast du es einfach weißt du in der Kindheit hast du das gelernt oder so weißt du ich hab nie nee ich hab nie Polnisch gelernt ich weiß bloß dass ich polnische Vorfahren habe daher auch mein mein Nachname ja aber letztendlich Interesse ist da nicht so groß mich halt kann auch kein polnisch-russisch-russisch-allgemein nicht mehr weil muss es jetzt äh doch wie du im Kindergarten haben die gesagt ich soll es nicht mehr lernen ja ich glaub sowas verlernt man auch einfach schnell wenn man es nicht mehr nutzt und und andersrum wieso sollte ich noch polnisch können ich muss nie polnisch reden nie ich mein klar ich könnte jetzt über die Baustelle hüpfen und äh die ganzen Patschacken da ich darf Patschacken sagen ähm dann könnte ich mich wenigstens mit denen unterhalten aber letztendlich das was wir uns unterhalten wollen geht auch so ja also Kurova weiß ich halt noch ne ich muss leider was sagen was ich hab Lager fertig und du hast dein Lager fertig und du sagst leider weil du weißt dass ich damit nicht zufrieden sein werde ich denke schon ja hm ich schau mir das gleich mal an einfach weil ich neugierig bin ihr könnt bauen was ihr wollt interessiert mich nicht aber ich bin halt neugierig ich bin auch nur fertig hm ich hab jetzt schon 15 Eisen wenn ich dir jetzt sag ab dem Ofen wo Kohle drin ist ähm ich glaube nicht in meiner Holzkiste ist Holzkohle aber ich bin grad gleich auf 15 oder 12 hab ich jetzt immer noch keine Kohle gefunden ja Kohle ist irgendwie Mangelware ich mein wenn ich dir jetzt aber sagen würde wie viel Eisen wir eigentlich schon haben ich bin ich gerade davon und dann kriege ich mich ich glaub da ich glaub da würde jemand ein bisschen traurig werden ich hab dir viel Eisen ich hab ihn alle mhm sehr viel also sagen wir mal so sechs Doppeltruhen voll Eisenblöcke ja also an der Eisenfarm oder oder habt ihr das alle recht gefragt ne schon mit ner bescheidenen kleinen Eisenfarm ganz klein ja Eisenfarm ist ja eigentlich auch sehr praktisch ich finde eine Eisenfarm ist einfach Pflicht jeder sollte eine haben so was probier man hier mal rum wie schaut denn das aus wenn ich jetzt wenn ich jetzt nein naaaah und meine Pekel ist kaputt sieht das irgendwie sinnvoll aus ja sinnvoll jetzt nicht aber besser als normal oder ich guck mal hm 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 nein eigentlich nicht was meinst du meinst du das in der Mitte ne ich 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 mein die die Mauern dazu ich find das eben schön aufsammelt ja ich weiß halt auch nicht also ich glaube wenn man das jetzt noch mit irgendwas kombiniert könnte das ganz cool ausschauen aber so wie es jetzt im moment ist Ja also du kannst es mit so retten mit ähm wie heißt das mit warte mit äh 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 zuerensamt ich glaube vom prinzip so würde ich es fast lassen also klar noch ein bisschen deko aber so grundsätzlich mal so geht es ja dann schon wieder da klasse ich so scheiß drauf so dann machen wir das hier auch noch hier das glas weg ist halt irgendwie mies ranzig dass man durch das lila glas eigentlich überhaupt nichts mehr sieht ja ich bin erst mal zufrieden vorerst so da hinten brauchen wir gesagt noch eine tür fackeln würde ich später irgendwann mal durch laternen ersetzen aber jetzt für den anfang ich meine ich habe schon hässliche häuser gesehen aber ich würde das jetzt nicht unbedingt zu den top ten der hässlichsten häuser zählen können schöne aber es könnte auch hässlicher ja so wir brauchen noch mal holz vor allem die tür hier ist halt einfach absolut unnötig die führt direkt ins nichts ja schön ist nicht aber es ist selten gut dann schauen wir mal das lager an ach du bist erschreckt ich wollte gerade zu machen mach doch ich bin tier was nennst du mich tier jetzt geht's ja auch runter interessant da war das das ist ja noch ich bin so orientierungslos und stroh doof einfach komm doch bitte schraub 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 so saran hier hallo handy weg hier ist wichtig und so das ist das ist wie in der schule ja nur noch schlimmer wenn es nicht ein bisschen klein ich frage bloß wenn du das reicht ich finde die stufe ganz cool was heißt leider ich finde das eigentlich ganz cool man kann halt irgendwie die items noch mal so ein bisschen untergliedern was mich triggert hier kisten kein abstand ein abstand ein abstand und dass du hier noch ausläuft muss ich bin irgendwo am fest land irgendwo so weit weg ich missbrauche dich dann auch einfach als teleport ort und marzo sagt dann die ecke sieht scheiße aus die muss ich aber leider machen stellen wir pflanzen aber kannst du die dann nicht auf der seite auch machen das ist wenigstens dann wäre es halt wenigstens symmetrisch weiß ja was heißt komplett ist ein stück wand wasser wasser abbaus und dann halt wieder hinsetzt also grundsätzlich ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlimm dass sein absatz drin ist er triggert ein bisschen ja weil auf der anderen seite nicht ist ich bin halt ich kann auch sagen warum oder auch er zeigt sogar yo moin jetzt weißt du warum wirklich jetzt wegen deinem komposter ja aber so ist doch wurscht du hättest doch einfach hier den hier machen können warte ach jetzt dachte ich schon du bist der zombie und einfach die wand einen nach draußen ziehen dann wäre das hier eine flucht alter komm jetzt verpiss dich weißt du hier einfach die wand drauf und schwupps hast du den absatz nicht mehr dann darf ich dir nach oben ja komm da kriegst du auch hin der nashi hat auch noch alter verpiss durch doch nicht nur full nether ride und das war's wobei man sagen muss wir sind glaube ich auch die beiden aktivsten spieler alter hier sind halt überall monster junge was ist denn los diese dreckigen aber komm ist doch chilliger als als hier so ein trigger egg drin zu haben was machst du mal bei einem großen projekt da verbaut man sie auch mal da musste viel viel mehr scheiße aus baden ich hätte ihn später mal eben fragen frag doch einfach dafür bin ich da ich hab mal was überlebt ja ja techniklaunch habe ich thema modpacks habe ich auch schon mit paar leuten geschnackt ist bei mir aber zeitlich einfach nicht drin das ist das problem weil ich habe ja mein komplett festen stream plan dann habe ich tatsächlich auch ein komplett festen aufnahmeplan und damit ist halt eigentlich damit bin ich ausgelastet ich krieg sonst wirklich ärger von meiner frau die war schon nicht begeistert dass der freitag stream dazu kam naja was willst du machen aber grundsätzlich eines tages irgendwann wird definitiv irgendein modpack kommen wobei ich dann ehrlicherweise eher zu entweder pixelmon oder dem originalen live in the woods tendieren würde die finde ich ganz geil am hause habe ich auch ein bisschen was gemacht aber nicht viel oben oben dem bereich im haus habe ich was gemacht im haus ich sprinte los sofort ja aber die ist doch jetzt inzwischen besser wie gesagt ich würde hier unten die blöcke noch gegen umgedrehte treffen austauschen aber sonst ist doch schon voll gut ich bin doch hier noch bald ja man wird doch halt wenn ihr nicht hier drauf seid bitte ich so heimlich mal eben so hoch ja soll ich den zaubertrick zeigen ja war wirklich magisch und zauberhaft ich bin was am überlegen überlege ich mal denk doch mal ich habe mal gesagt habe ich mal wachen wollte mit den ganzen öfen und so als einen runtergehe weiß ich nicht mehr habe ich vergessen aber fahr fort oder ein auto der marke deiner deiner wahl oh ne schießt da geil ein auto nach meiner wahl ja wenn du nicht fortfahren willst kannst du ja zum beispiel auch opel fahren ja ich weiß nicht mit opel werde ich nicht warm ja ich weiß nicht der würde mir taugen aber wenn dann nur maximal bis mk4 und die kannst du halt nicht mehr bezahlen wenn du mal einen kriegst wenn überhaupt ich meine ich fand den neuen sehr hässlich ich habe ihn aber mal live gesehen tatsächlich auf bildern schaut er schlimmer aus als live also wenn man jetzt neben dem auto steht der ist immer noch wirklich sehr hässlich aber wenn man sich bilder dazu anschaut dann ist halt noch hässlicher naja es hat halt mit dem supra nichts mehr zu tun ne wenn du mal so überlegst was da noch so viele teile drin sind oh und das war ja bmw und z4 ja eigentlich nichts anderes mehr ne da sind am meisten nur z4 drin und das war mal so schöne autos wirklich und du findest keine dias kann sein dass du dafür auch noch zu weit oben bist bin höher oh ne 11 passt ich habe 11 moin ich sollte damit aufhören ja irgendwie aber ich habe hier auch noch nicht viele gefunden wie findest du den skyline definitiv besser als ein supra jetzt kommt drauf an was wählt den skyline das ist tatsächlich wieder so ein auto muss ich ganz ehrlich sagen es gibt nicht wirklich einen skyline der mir nicht gefällt ja den r31 oldschool klassisch geil wobei samus äh auch aktuelle modelle finde ich nicht schlecht aber auch da ist halt irgendwie bekommen erstmal ein und wenn du einen findest zahl den mal so ja wo bin ich warte ähm ne ich bin inzwischen gut ich bin aber auch aus der szene raus aber grundsätzlich bin halt bei vhg hängen geblieben mit seat ganz zufrieden außer mit meinem autohaus das sind ein paar richtige pisser und ist auch der grund warum mein nächstes auto kein seat mehr wird ich tendiere momentan mehr so zum das autohaus in dem ich mein auto gekauft habe ja das autohaus wo ich halt mein auto gekauft habe sage ich so mein autohaus also so das stammautohaus um die ecke wo man sich halt die letzten beiden autos gekauft hat ja und deshalb bin ich jetzt von würde ich von seat weggehen und tatsächlich zu skoda ich finde den super ganz geil hm hm und wie lange stimmst du schon so also seit welchem monat oder ne ich bin du geisteskranker vielen vielen dank vier monate schon du kreiser ähm seit bisschen mehr als im jahr also fast zwei warte jetzt muss ich überlegen ja fast zwei jahre so anderthalb in etwa aber halt eher gediegen bisschen entspannt ich mach mir da keinen stress aber geisteskrank bin ich immer noch nicht ja doch ein bisschen schon der halbe kanal gehört inzwischen dir äh ne du bist meine haupteinnahmequelle ach so ich merke das schon das ist der prime gesuppt der prime gesuppt nashi subbt nie prime nashi schleudert ja nashi schleudert lieber seinen halben monatslohn für mich raus der halbe sind nicht man du weißt was ich mein ich wollte dich hier eventuell viertel das weiß ich mal nicht aber ich wollte dich hier so richtig bis in den himmel hoch loben hm das hast du jetzt selber versaut du hättest jetzt so tun können als würdest sie hier richtig raushauen hm 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 was wollt ihr denn jetzt eigentlich machen ach cool ich hab bären dabei warum ich hab mal in den links reingeguckt ne in den für das neue update dieses oh wie heißt der scheiß snapshot 1,17 1,17 diese snapshot snapshot die hab ich gestern auch gemacht kios nice habt ihr Glück ja ich hab Glück ja kannst du zu mir kommen also ich kann es nicht weil ich keine tp-rechte hab moin lass mal gucken wie viele äh keine tp-rechte und so oh warte das war die falsche sorry bro stell dich nochmal hin ähm ähm ja ich bin bloß in den snapshot rein und bin dann äh im zuschauermodus mal rumgeflogen digga mhm digga ich hab zwar nirgendwo stalagniten und so gesehen die hab ich auch noch nicht gesehen ich glaub aber dass sie aktuell noch nicht drin sind was habt ihr nicht gesehen oder also dass sie noch nicht natürlich generieren in der creative inventar sind sie schon drin ja ja das schon ich irgendwie also ein paar blöcke waren glaub ich noch äh nicht natürlich generiert drin weiß ich jetzt nicht kann aber auch sein dass du die im im spectator einfach nicht angezeigt bekommst kann möglich sein aber ich bin ja auch manchmal in den hüllen reingeflogen um zu wissen ich weiß auch nicht was man mit den neuen Ärzten dann machen kann also diese komische version von den ganzen Ärzten machen die überhaupt nen Unterschied ich weiß es nicht das irritiert mich nebenbei hast du nen Stream laufen der ruckelt aber eigentlich dürfte nix ruckeln wahrscheinlich bloß Browser der Hund also bei mir ruckelt nix gut dann ist das bloß mein Browser der ruckelt der kriegt dann erstmal auf die Fresse auf die Fresse und der ruckelt nicht schlecht keine ausgelassenen Frames ahja ja gut halt auch nicht aber wenns bei euch läuft auch toll es regnet das regnet das regnet das irritiert mich ich ich kann das nicht so lassen warum bist du müde Sekunde ich mach das einfach nochmal ich hab mich angemeldet für die gesellenprüfung krass meinst du die nehmen dich? weiss ich nicht naja ich hatte auch Glück dass sie mich genommen haben wollten sie eigentlich nicht haben sie gesagt jemand wie sie hat hier nichts verloren keine Ahnung weil äh erstens die schicken das noch zu irgendwie mhm was das scheiß soll ja halt äh Prüfungsbestätigung und so n scheiß das waren auch Zeiten du das sag ich dir mhm jetzt sollte ich auch ein bisschen in der Erde rumboddeln jetzt bin ich hier aber nix hier oh ich würd voll gern schlafen einfach dass der Regen aufhört ich kann auch kurz zum Server gehen das Problem das Ding ist wir sind ja inzwischen zu dritt also müsste der Dima auch Lull ist überhaupt schon Nacht das Ding ist es ist noch nicht mal Nacht Leute doch ja wartet noch 2 ja es regnet bloß ich hab noch keinen Donner gehört ich glaub das dauert noch 2-3 Minuten bis Nacht wird so Dima jetzt nochmal wovon bist denn du müde? Schule Schule jetzt so richtig Schule oder momentan Homeschooling Homeschooling sag ich aber trotzdem Schule ja ja klar ist es ja auch ich hab dasselbe ich hab dasselbe Homeschooling gehabt und bin wieder mittlerweile in der Schule also ich kann überhaupt nicht mitreden was Homeschooling angeht ich bin da schon ein paar Tage raus ähm ich kann mir mal vorstellen ich merk das wenn ich samstags zum Beispiel ne wenn ich von morgens bis abends vorm Rechner sitz da bin ich auch todesmüde weißt du früher in der Schule letzte Bank dass du dich einfach hingelegt hast geschlafen das hat ja auch niemand interessiert und jetzt kommt halt immer sind die noch anwesend? okay es ist Nacht äh was spielst du eigentlich noch für andere Spieler? ähm aktuell äh freitags im Stream Skyrim und seit Montag läuft als Let's Play noch The Suicide of Rachel Foster und samstags haben wir nochmal so ein bisschen Gruppen-Stream mit Nashie und noch nem Kumpel da spielen wir momentan Sea of Thieves und im Anschluss meistens noch ein kleines Ründchen Cards Against Humanity geiles Spiel was? Tarzan? Cards Against Humanity so weil ich dachte an ich hab verstanden Tarzan weil mein Vater hat immer so ein kleines Spiel gespielt ja mit dem Handy ich mein könnte ich mir vorstellen wenn ich den jetzt runtergelegen so viel zu schlafen ne jo ich glaub äh Dima fehlt grad noch ich hab die gefunden Dima müsste noch sofort wenn du einmal kurz raus gehst danke dir so dann kann ich mich einfach schnell zu dir teleportieren äh ist ist wieder ne? ihr könnt ich wieder doch nein nein Nashie bitte so äh jo ich bin da was was hast du denn gefunden? was ist das? Wasser nein das ist eine Wasserflucht ja kommt vor uh Magma Blöcke geil ich muss das hier ausführen dann darf ich dich abholen jetzt muss ich wieder hoch ähm ähm du kommst nicht in die Wasser hier aber nicht alles ausführen also Nashie du sagst stream läuft flüssig ja ich seh keine Rucke lol bei mir ruckelt einfach äh Mozilla des Todes und CPU Auslastung 100% ok ok ja ja moin haben müssen die helligkeit bei mir auf düster äh ich dachte du magst das düster äh 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 gut viel Unterschiede hat's jetzt auch nicht gemacht aber egal mhm mhm hätte ich also voll abfacken ich schau da immer automatisch auf den anderen Bildschirm und da ist halt hier gerade Daumenkino aus den 70ern sterbe sterbe richtig richtig Junge voll krass voll krass i found diamonds läuft bei dir aber so richtig Hunger Bruder muss los ah sterbe ah Wasser 8 Dios aus 3 vorkommen das schmeckt uch 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 häh äh Junge warum lauf ich die ganze Zeit nur noch so blöd rum äh ich sterbe gerade Hilfe vielleicht äh vielleicht ertrinkst du ja warte ich rette dich ich hab mich eigentlich gerade zugebaut dass ich eigentlich kein Wasser rein kann aber ich sterbe so jetzt bist du safe uch ich freue mich wie kommst du davon weg ja aber jetzt ist ich frage wie komm ich wieder einfach wieder runter und dann ist da ein Loch im Boden das ist dein Gegenschacht aber warte mach mal jetzt guck mal komm mal nochmal zurück raus komm mal aus der Welt raus zum Netta zum Portal ich komm aus dem Netta brutal raus brutal ich bin da unten reingegangen ne hier unten und ich hab mich bis zu dieser siehst du diese Lava Blöcke ja dahin habe ich mich hingebaut äh hingebaut mhm sicher ja da war ich doch gerade da die von dem kaputten Portal sind bloß oberflächlich ich glaube ich glaube eher du bist wirklich einfach in so einer Unterwasserschlucht ja meine ich ja ich bin nicht mehr rein weil dein dein Schacht geht in ganz andere Richtung das ist nicht da oben die Magma Blöcke welche sind das welche Schlucht ist das denn sonst na irgendeine unterirdische aber hier ja in Unterwasserschluchten sind einfach Magma Blöcke drin manchmal weil hier das ist es nicht das kannst du abbauen da ist gleich nichts mehr I found more diamonds wie viele hast du jetzt du dreckigen 28 komm ich guck mal du bist ganz kurz drauf gekommen hast du schon mehr als ich ja Glück 3 und so ne läuft ja aber ich glaube ähm ich glaube in diesen wo ich gerade bin da kann man erfindet man auch nicht so viele keine Ahnung Diamanten Biomabinden zufällig wollte ich gerade sagen ne hat mit Jom eigentlich nichts zu tun das ist Glück plus Glück 3 Aufgelevelt sagst du ja das deckt sich praktisch dann so ich bin jetzt wieder hier und weiß immer noch nicht was ich machen will auf jeden Fall halt ich brauche noch einen Trink ich weiß auch nicht ich bin nicht sicher äh äh du hast hier ne EG dran ne ja kannst du ganz kurz zu mir kommen und meine Sachen wegbringen weil keiner ich bin irgendwo und ich hab ich muss sehr weit laufen denk ich zumindest hä du warst doch grad noch beim Portal ja ja aber ich bin jetzt da irgendwo da reingelaufen wo wir drin sind und das ist der Teufel ja dann bring mal das hier das hier das hier das hier mein Inventar ist sowieso voll was mein Inventar ist sowieso voll dein Inventar voll ja ich kann dir höchstens zeigen welche Richtung du musst ja oder ja das ist schlecht ähm ich hab einen Lavapool gefunden stimmt ich wollte mir ich muss mir einen Wasser einmal machen so Problem ist bloß jetzt sehe ich dich nicht mehr wo ist er denn war das nicht irgendwo hier ich bin jetzt bei irgendwo so ganz nah beim Wasser und Wasser ach da äh in diese Richtung einfach ja warte ich mach schnell ein Nether Portal ja du machst so schnell ein Nether Portal ja kann das nicht das ist guter nice ja gut du kommst wahrscheinlich sowieso beim selben wieder raus hm same Precisi as every year Miss Sophie hm 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 nee aber dann denk ich mir so nee nez so hier da das niederzeug rein da ist nerberstag nez ist alles gut aha so jetzt ist die frage ist ein neues portal bekommen oder ich muss erst mal bauen ach so ich könnte jetzt hier eigentlich ein bisschen ausbauen aber ich habe keine lust ich weiß was macht man heute ich bin heute tatsächlich so ein bisschen vollkommen planlos ja ich weiß nicht öfter den 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 klar so mannest du dir eigentlich schon mal den den trailer zu forest 2 reingeschaut also sans of forest junge ich habe mir das die woche angeschaut und ich schwöre ich habe mir fast eingeschissen diese kack eingeborenen lernen jetzt dazu mega unfair weil jetzt haben sie mir gegenüber einen entscheidenden vorteil und zwar dass sie dazulernen fragt doch nicht so ich finde das einfach ungericht die sache ist die meistens wenn man dann erfahrt gibt und erfrisst mich ich verstehe dein einwand du weißt was ich meine ja ja du das passiert im besten ich sag nur du ne halt die schnauze ja komfort er liebt das heiße wasser ja ich sag mal so lieber erstickt wie erfroren mann auch eine entschuldigt sei doch ruhig was ich gemein hätte ich was abgegeben Was hast du für eine Spitzhacke? Hast du eine DIA mit Defensieren-Tensor? Nö. Nein. Was hast du für eine? Ich hab ne Nerid-Spitzhacke. Ja, kein Wunder wie schnell du bist. Ich hab ne eigene Spitzhacke. Oh, Nashi weiß noch damals. Strip-Minen mit dem Beacon. Hatte ich nicht gehabt, deswegen. Ich hatte nicht gestrubbt mit dem Beacon. Aber ich? Damals, vor zwei Monaten oder so. Damals? Ja, damals war das besser. Ja. Da war ich noch jung. Ja, Dieter. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich alt. Deutsch-Eiser, ne? Ähm. Hey lol, wie ist das Kackviech rein... Hm. Habe ich oder habe ich nicht die Tür offen gelassen? Vielleicht hab ich die Tür offen gelassen. Warst du im Neter bei mir? Nein, da war ich nicht. Irgendwie sind da gerade zwei so Kackschweine reingekommen. Und machen Stress. Ich glaub, die wollen ne Kneipenschlägerei. Alter, das sind halt einfach drei. Was... Junge, was ist los mit euch? Habt ihr kein Zuhause? Können halt noch das Blut kommen. Verpiss dich doch mal. Ein elender Hund. Hör mal! Ich hol die Bullen! Soll ich was sagen, was ich gefunden hab? Dias. Ich mach das. Ich hol die Bullen! Das ist Hausfriedensbruch! Mutter noch an dir. Nice. Habt ihr schon... Wie heißt das? Äh... Äh... Er? Was? Nein. Was? Äh... Habt ihr schon... Habt ihr ja... Äh... Villager? Äh... Jein! Ich hab die sehr freiwillig bei mir aufgenommen. Zwei? Freiwillig? Aus diesen zwei sind inzwischen... Pipapo... 20 geworden. Das ist ja... Ja, manchmal... Manchmal trinkt man Feiernbier zusammen. Also die sind eigentlich auch eher echt lässig. Natürlicherweise. Jaja, klar. Jaja, die haben sich auch rein freiwillig vermehrt. Das ist gut. Weil dann muss ich das Jugendamt holen. Das hätte ich gern nicht gemacht. Du, alles cool. Meine Schwester arbeitet beim Jugendamt. Ich hab da... Ich hab da Kontakte. Jetzt ehrlich? Ja, tatsächlich. Hast du Beweise? Wie? Wenn irgendwann das Jugendamt vor dir steht, dann hast du... Oh, nee. Ja, gut. Wie soll ich das jetzt beweisen? Ich könnte jetzt meine Schwester anrufen und die würde sagen, geh mir nicht auf den Sack, du Penner. Wahrscheinlich. Boah. Also ich hab jetzt insgesamt... Bitte sag's nicht. Ich sag nicht. Ja. Ja, wie viele aber, sag ich halt nicht. Ich sag Trulf. Hm. 72. Hat wer von... Hat wer von... Hat wer von euch ein Feuerzeug? Ja. Mit Sicherheit. Kannst du dich teleportieren? Nein. Ich hab keins dabei. Kannst du uns holen und dann zu mir kommen? Ich hab keine Rechte zum... Horten. Meine... Machst... Machst du's hier nicht grad selber irgendwie voll langweilig? Ich? Ja. Nö. Miese. Wie soll ich mich nicht langweilig machen? Naja, wenn du nix mehr selber machst, weil ich ständig den Laufburschen spiele, ist doch... Das ist doch der Reiz weg. Was, dass ich kein Feuerzeug habe? Ja, generell. Das ist ja reiben. Ja, das ist sehr gut, wenn hier ganz viel Gravel ist, weil wir dann auch in einem... Weil hier auch sehr viel Gravel spawnen. Also in der Gegend ist schon relativ viel Gravel tatsächlich. Ach, hier hab ich noch ein Vorteil. Ach, das war schon gelootet. Hm. So was aber auch. Wer macht denn das? Ach, Nashi, weißt du, was ich lustig finde? Dieser eine, ne? Du weißt, wen ich mein. Ja. Dieser von und zu. Ja. Bitte, bitte, kannst du mich entbannen? Dann bin ich so nett. Der war einmal für eine Minute im Chat seitdem nie wieder. Hm. Okay. Hätte der sich das nicht irgendwie sparen können? Ich muss ein Name in mir. Egal. Warte mal. Jetzt bin ich die... Irgendwann hab ich hier umgestellt. Warum machst du denn das? Ah. That's better. Ja. Du weißt doch, das ist nicht. Nö. Nö. Soll ich mal meine Ausbeute sagen? Die ich jetzt in der kurzen Zeit gemacht hab? Ja, mich stolz nicht. Also... Tja. Äh. Zwei Sticks Kohle. Fünf Maragate. Drei Sticks Eisen. Warum ich auch immer das mitnehme? Keine Ahnung. Einfach so. EP. Und... Einzig Gold. Ja, der läuft ja hier. Gold. Und ein Steak und 43 Diamanten. Ich hab sogar mehr Diamanten. Fuuuuh. Wo ist der? Du hast mehr Diamanten. Mhm. Och. Wie viele? Die elenden Kackpisser. Verpiss dich. Hau ab. 100? Du hast 100. Du hast 100 Diamanten. Rechne mal 64 plus 43. Äh. Übernicht. Äh. Ich hab 110. Sorry. Dann rechne mal das zusammen. Plus... Warte mal, soll ich denn? Ja, das ist mehr. Ich hab insgesamt jetzt... Ich hab insgesamt jetzt... Also richtig, insgesamt hab... Und hier hab ich... 36 und 39. Wofür brauchst du die? Hier wiegt die oder was? Also nicht. Hä, besser haben als brauchen. Ist doch so. Normal. Manni. Ich hab hier auch anderthalb doppelt. Und... Boah, du. Eisen. Was bist du denn für ein Bio? Äh, Digga, diese Pissbirnen. Inwiefern meinst du Bio? Also... In welcher Landschaft? Wo ich jetzt... Graben hab oder wo ich... Ich hab ganz lange... Dinge halt. Ist egal wo. Weil die werden zufällig... Ähm... Also das Diamantvorkommen hat nichts mit dem Thema Dings zu tun. Kann mir mal erklären, warum ich schon wieder vier Schweine in meinem Haus hab? Was? Was? Warum hab ich schon wieder vier von diesem Kackschweinen in meiner Neta Base? Mal lang, da hab ich 27. Ja komm, lauf weg, wenn... Wie muss ich hier denn nicht hab ich verlaufen? Schau mal kurz, denn. Äh, ich bin im Neta. Ja. Ich komm hier auch, glaub ich nie wieder raus. Ich hab mich verlaufen. Äh, ich hab mich verlaufen. könntest du dann kurz einmal ich könnte es wäre nett ich muss ja auch irgendwie Stonks machen weißt du meine Sofa ist gar nichts oh ich bin gerade im Kreis gelaufen das ist schön du Nashi und wenn jetzt jemand in seinem Todesscreen ist kannst du dann schlafen ich frage für einen Freund das ist eine wissenschaftliche Umfrage die ich hier gerade verfolge worüber redet ihr? wissenschaftliche Nachforschungen das wissen ja die wenigsten Nashi und ich wir arbeiten am Institut für Minecraftologie so ja worum gehts da? äh Dinge in und um Minecraft manche davon sehr asozial manche auch recht lustig ja diese Pissschweine komm mach dich weg hier vom Acker sind die Vöge Piss für die Vöge? ja raus hier ja Lumpen rau oh so also ich hab zwei Feuersteine aus 23 23 das ist super äh ich freu mich für dich hast du mit Glück 2? ja wie immer was wie immer blind nö nicht richtig nein 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 das war der Schaufel aber dann hätten nein ich hab zwei wenn ich sage ich hab zwei Flint aus 23 Kies bekommen also ne also man kriegt schon Feuerstein raus sie werden bloß seltener wenn Glück drauf ist hm was was hm was hast du gesagt man 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 bekommt auch mit Glück 3 Feuerstein raus ist bloß seltener ey du meinst einfach schneller besser außerdem hab ich sie mit meiner Schaufel ja ja mein Kopf grad mein Kopf ähm ich bin schon ein Idiot alter ähm weil sie auch haut sich und sagt ich bin ein Idiot und der und dessen macht er einen Fortschritt ähm nein ich hab halt zwei Eisenhäme gecraftet ja scheiß doch drauf was hier Doppelkommager besser du kannst daraus zumindest noch ne Eisen nugget machen mhm aus einem Helm jo warum da so wenig weil es nicht mehr wird schlägt ich krieg einfach das ganze Koppelstum was ich nicht brauche in deine Küste aber auch sortiert aber auch sortiert aber auch sortiert hä Dicke schmeißt doch einfach weg wenn du es nicht brauchst ja aber es ist wenig für ein Wohlzweck weißt du wie viel Koppel ich habe und wie viel ich im Vergleich bloß brauche mhm das wirst du nicht wissen danke Nashi vielen Dank aber du hast recht ich bin mir sicher dass keiner von uns äh soweit zählen kann mhm mhm hier zumindest irgendwie so schnell ne 5 7 3 Y ne krieg ich nicht hin ich weiß nicht was ich doch hätte äh 7 wenn der Reetplatten machen soll ja Dicke schmeiß weg gib mir die nein wie gehst du so oder so nicht was du was ist egal wie du kriegst sie hin also ja ich verstehe so ähm Szenerieplatten sage ich schon weniger äh nö sagst du mein ja oder sagst du eher nö meistens eher ja nur ich baue mich mal ein und geh mal in die Pause viel Spaß ja wir sehen uns gleich wieder ja bis gleich früher war alles besser bleib dabei ja ich bist du noch da ich so da sind wir auch schon wieder zurück was ja ja gut als als Schüler verdient halt nicht die Welt ne äh nö so äh sagst du mein was da immer noch jo der hat ja noch ausgekriegt ne ne habe ich wieder aufgesammelt äh fürs streamen wir hatten es grad von von berufen ihr habt das nicht mitbekommen so und jetzt auch mal auch persönlich lucky schön dass er da ist geiler Typ der ehren lucky ich geh da mal in den nieder ich geh da mal in den nieder ja ich geh da mal in den nieder ja so das dauert alles noch ein bisschen boah von der kriege ich bloß ein Stick raus da ah ah sei froh dass es die Spitzhacke war das haben wir ja gemeint schon ein Herzdamage gemacht ich hätte auch das Schwert nehmen können das hätte ein bisschen mehr Damage gemacht aber warte hast du warte wie heißt nochmal was durch das Schild schlägt welche Bezauberung äh keine Ahnung ich habe halt Bann 4, Rückschluss 2, Heilbarkeit 3, Verbrennung 2, Plünderung 3 und Reparatur ich weiß ich was ich weiß was bringt eigentlich Bann 4 was bringt das überhaupt? Bann ist gegen Untote genau 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 was ist Untote? Welche Untoten? Skelette, Zombies und ich Montagmorgen ja und was bringt das denn nur die? was? ja du machst halt gegen die gegen die Monster mach ich einfach nur Schaden du machst die Verschuldung mit Bann 5 Jo warte mal was für Bann ja ich denke ich hab nur 3,4 ich hab nur 3,4 ich hab nur 4, warum? ich hab auch nur bloß Scherbe 4 warum? das kann ich nicht machen das versteht nur zu teuer warum? warum? das ist schlecht ja Digga jetzt ich kann auch mein Schwert nix mehr drauf klatschen weil ich hab ja kein HLVK 3, Schärfe 4, Reparatur und Verbrennung 1 hab boah jetzt will ich einfach Bann 5 haben ich will Planten Plünderung auch haben und bei dir wird auch zu teuer stehen äh Plünderung hab ich glaube ich 3 sogar Jo äh wait warte mal warte mal deshalb ging das auch mit den Wither Köpfen glaube ich so entspannt wieso liegt die XP-Farm nicht diese die du da gebaut hast äh da musst du durch den Neter und sehr sehr weit laufen nur um dich vorzuwarnen ja ich meine hier also wenn du richtig XP grinden willst und das ist durchaus möglich bei uns äh äh sehr weit far far away genau wie das Königreich äh bei Shrek das ist wirklich far away Beste sind wir schon da? NEIN ja war irgendwie in meiner Kindheit lustiger als jetzt ich geh dazu Mann ich kann nicht mal das irgendwie noch machen du kannst gar nichts ich kann nicht mal mein DIR-Schwert mehr aufschriften bringen Dein Vater konnte schon nischt was was war das war das zu persönlich das tut mir leid hab ich keine Reparatur das kann nicht sein du hast so viele Reparaturbücher von mir bekommen die habe ich alle bei mir drauf warte ich schlag mal einmal mit dem Schwer drauf sicher ja lol ich kann ja mit meinem Bogen drauf klatschen weil der hat ein bisschen mehr der hat Schlag 5 äh Stärke 5 Schlag 1 Flamme Hyper-Kat 3 jetzt nur mal aus Interesse hält dein Schild mein Bogen aus mach mal lol geiler Scheiß warte wie viel Schaden hat der jetzt noch? gar nicht ich hab Schaden bekommen guck mal wenn die wenn die Camps machen die mal so die schlagen sich so dann machen die so dann machen die so dann machen die so das ist jetzt schlecht ja Digga ich sterb gerade warte ich ess mal was du stirbst du stirbst ich hab dich zweimal mit einer Axt geschlagen ja ich hatte vorher schon Damage safe wie viel? keine Ahnung ich hab nicht drauf geschaut jetzt mal lass uns mal ganz kurz so auf Spaß kämpfen ich glaub du wirst gewinnen aber ob du jetzt schon gewinnen willst ah scheiße ich warte einfach auf dein Feuer Damage NULL ich lass das mal da liegen ja ich hab schon lange über ausgleichen oder? ja keine Ahnung ich bin PvP aber auch eine Null bitte deshalb spielen wir eher alle sehr sehr friedlich ja ich bin so ein Gommelspieler eher gesagt ja das ist hier eher weniger wie gesagt bei uns ist sehr sehr entspannt ist mir aber auch persönlich echt lieber Lucky mir geht's super ich hoffe doch dir auch Alter ist echt voll schnell vorbei ja heute aber auch mal wirklich ne ich muss morgen erst um sieben Uhr aufstehen eine anderthalb Stunde später als sonst alter du Drecksau aber weißt du was aber weißt du was und er ist um 9 Uhr da sein muss und das morgen und Freitag auch Digga weißt du was geil ist? safe morgen nicht arbeiten ich äh war heute aber morgen schlecht Wetter gestern und vorgestern morgen Regen chillig hey kann's sein dass die Lava warte 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 nochmal äh nö also ich hab schon davon gehört aber ich kenn nicht ähm kann's sein dass die Lava Eimer im Nähter die Öfen länger befeuern möglich eigentlich nicht aber ich fließe schneller in Lava also nicht ja das weiß ich aber irgendwie die Öfen haben halt fast noch nichts weg nach dem Eimer normalerweise in einem Eimer so anderthalb Stacks in etwa so viel macht Lava? ja ja Lava ist eigentlich mega gut ich hab sehr lange nur mit Lava geheizt ich mach mal jetzt ähm ganz kurz mach ich ganz kurz den Bildschirm nur trafen an aber nur ganz kurz für den Flex ok wir können jetzt rangucken guck mal ich kann einfach MEG hin äh nashi wegen mir kannst du schlafen ich bin im Nähter du bist ja nicht die einzige Person die hier gerade noch ist ähm tatsächlich glaube ich bloß noch äh 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 kein Block ne? uuuuuh der wird so warte ich muss jetzt muss ich Discord jetzt muss ich Flex gucken ach komm mhm mhm cool haha jetzt kannst du das auch? ich hab's schon lange nicht mehr gemacht also ich würd's jetzt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt gut hinbekommen ähm mhm das macht voll Spaß das macht voll Spaß so das sind für mich feiervolle so nashi du müsst jetzt übrigens schlafen kommen ja ja alles cool so nashi von nashi lord du müsstest jetzt schlafen können glaube ich noch das ist Tag ja ok alter das dauert jetzt ewig hohmascheln ein Feuerzweck so ja lucky sonst irgendwas neues bei dir? erzähl mal ich mein immer da aber aber ich weiß was Interesse reste ähm du hast ja gesagt du spielst sehr viele Spiele ja ich weiß nicht genau ob du das warst oder aber auf jeden Fall irgendwer spielt das Kinderspiel Fortnite nein bei Fortnite bin ich raus ja das müssen ja nicht alle spielen ich bin ganz ehrlich ich hab's mal gezockt gehabt aber das war auch am Anfang ich bin ganz ehrlich ich hab von vielen gehört dass es wirklich Spaß macht ich möchte boah keine Ahnung ich will niemanden haten ich hab's halt noch nie gespielt ich weiß nicht ich konnte mich damit nicht identifizieren aber ja jetzt halt ähm die sind halt so wie in Minecraft da sind immer sehr gute Spieler und das ist in Fortnite bloß halt da hast du halt keine Chance gegen die können halt ja das ist wie wenn du jetzt mit Black Ops 2 anfängst ja kann man mal machen muss man aber nicht Papa Platte? Papa Platte kennt man ja der hat äh mal probiert zu spielen der ist die ganze Zeit gestorben und sogar auch noch in normalen nicht in Arena oder so ja normal würde ich auch das gibt einfach so gewisse Spiel Genres ist nicht mein Ding also jetzt nicht weil ich es scheiße finde sondern einfach weil ich schlecht bin ich glaub jeder der in irgendwas sehr schlecht ist wird schauen dass das halt nicht macht außer irgendwelche Agro Kiddies die das dann trotzdem machen und dann rumschreien und sagen dass sie eigentlich unterhaltspflichtig für dich sind das Ding ist ja wenn ich manchmal ausrasse sagen viele ich spiele äh ich schreibe wie Eletrics ja ich mein ich rast schon mal auch äh schon auch mal aus also wenn ich rumrage spiele ich wie Eletrics wie Eletrics keine Ahnung das Ding ist ingame habe ich mich inzwischen hauptsächlich wegen Streaming wirklich ein Griff wenn ich aber sonst irgendwo mal rumrage ja dann lauf äh hast du eigentlich äh Kinder oder so ne noch nicht hat noch Zeit moin ne ich hab ne Frau das ist eigentlich Arbeit genug weißt du die musst du auch regelmäßig füttern ist wie ein Haustier ich muss das warten ich klipp das ganz kurz ja aber bitte so dass man das nicht falsch versteht also letztendlich sind wir doch alle wie Haustiere wir wollen alle wir wollen essen wir wollen gestreichelt werden und wir wollen ab und zu mal an die frische Luft und ja deshalb eben der Haustiervergleich das hat jetzt äh hier nix frauenfeindliches oder so ich sag das auch über Männer so ja cool jetzt ist der Ofen einfach aus ja mach dir mal Mokka an du hör mal warte ähm hab denk ich einen habt ihr Schafe jo viele welche Farbe brauchst du denn warte egal einfach ich geh jetzt in den Nether ich hol mir jetzt ein bisschen Netherrack ich hab jetzt schon neun Dier und dann kann ich mir schon Dierpicke machen was bildet denn aus dem Netherrack äh richtig Upgrade aber nicht mit Netherrack sondern eher mit Netherrit ja ist ja was das eine genau 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 ähm grundsätzlich hab ich von jeder Farbe ein Schaf auch ja voll automatisiert und äh ja in meiner eigentlichen Base ah weißt du was du noch von mir hast was mein Holz ah lol halt echt ja kannst du haben kein Stress äh pack ich die hier in die eine Kiste rein einfach ich 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 könnte dir die Farm gerne zeigen das Problem ist beziehungsweise die Frage ist wie gut ist dein Rechner mein Rechner? mhm sehr gut also ich glaub nicht ist das ne ich glaub nicht dass er crashen wird ne das nicht äh was hast du denn so für Sachen in deinem PC Nashi ich TP mich mal kurz zu dir und geh mal in meine Base ich hab auf jeden Fall schon neu neue Horizon hab ich jetzt schon Horizon was? welche? ach keine Ahnung auf jeden Fall also ich hab schon viele Sachen wo es crashen könnte ich glaub nicht dass es crashen wird ja du ich teleportier dich gleich zu mir wir werden es sehen aber lass dich schnell nochmal zur Enderkiste ja ja kannst du da auch theoretisch ja ja kannst du da auch ähm einfache Frage wie viel FPS hast denn du gerade? ähm wie macht man das auch? f3 wo steht das? äh zweite Zeile oben links warte 144 läuft würds gleich nicht mehr haben Sekunde dann dann würds auf jeden Fall aushalten aushalten ja aber es ist wird unangenehm ich hab nämlich nur 60 FPS ich glaub nicht kannst du auch einstehen zum maximalen glaub ich nur 50 FPS ja ja äh ich hab aber mal mal erst nur 60 FPS allein schon sobald du die Shader drin hast riegelt der eigentlich auch ab 60 meistens ab ja also es wird gesplittet keine Ahnung also bist du schon da? also sofort ich teleportier dich gleich ähm sobald ich die Shader ausmach bin ich tatsächlich glaub ich auch teilweise sogar bei boah ich will jetzt nicht lügen weil das ist schon ewig her aber ich glaub das letzte waren um die 200 oder was hm hm wo haben wir es denn? ich stell mich halt nur mit PCs aus das ist das Problem so das hier ist eigentlich meine Base eigentlich oh guck mal wie weit ich gereist bin wuuu ja also eigentlich wohne ich hier seit Anfang an ja kann man so machen manchmal flieg ich auch oh oh nashi du bist ja auch da cool ich wollte mir die 10 FPS schlafen haben wir gerne merkst du hier schon was? Tima? äh 118 ja komm mal mit komm mal hierher voll stabil ich bin ein bisschen neidisch ich bin auch grad neidisch ein bisschen warte andere Richtung andere Richtung andere Richtung ich hab so 60 FPS wenn ich lauf bewege geht auch noch fit 9 10 oh 11 11 21 14 20 FPS 20 FPS ist lustig oder? durch ja ja geht aber auch noch für 20 FPS weil guck mal wenn ich hier schon unter 10 bin hier also ne ok und wo gibts hier Wolle? warte sofort ich mach mal einfach die gibts nicht in einem längigen Bereich ja jein in einem weniger längenden ist das hässlich hier so jetzt bin ich auch wieder bei 42 FPS und dann kann der so der lag ne ja hauptsächlich von dem Lager ja echt ne wieviel Dias habt ihr? korrekt ja wo seid ihr? hier ich mach mal auch mal meinen Schild aus mal gucken und das ist tatsächlich auch nicht wieviel Dias haben wir sondern wieviel Dias hab ich das ist nur meins so wie gesagt ich wohne hier wenn du das aussehen mal sehen willst sag Bescheid ne wenn du meine Sachen mal sehen willst ne ne auch schon so jetzt könntest du es langsam hören ja ich hör das auch ja da sind Schweine und hier such dir Wolle raus ja wie gesagt oh das ist ja sehr wenig also ohne also ohne Trader hab ich also die Wand 36 ich bin grad bei 316 360 375 das ist super warte Entschuldigung grad nicht zugehört ich hab mal 7 Level bekommen um gegen etwas zu machen ja das passiert also ich bin so 2 36 gut mein Monitor schafft auch nur 60 gönn dir ich hab auch äh ich hab auch 144 Herz Monitor also ja hab ich auch so ist es nicht wenn wir irgendwann noch einen neuen Monitor holen oh Digga ich ich kämpf grad so mit mir alter ist das laut hier ich muss hier weg äh ich kämpf grad hart mit mir ne neue Capture Card äh ich würd halt extrem gerne in 4k aufnehmen ja deine Grafik ist ja gar nicht so schlecht beim Stream ja aber das ist bloß HD wenns sonst nix ist ja und ich hätt halt ja ähm ja ähm ich wollt mal fragen ob ihr ne Endertest habt ja äh äh weil ich mach den Shaders wieder aus ich mach den Shader erst gleich wieder an wenn äh ich hier rauskomme ich will mein ganzes Inventar so gut wie volles von Wolle ich hab überall so 2,6 rausgenommen ja weißt du was ich hab heut ich hab heut nen guten Tag Alter wieso ich wofür ist die Kuhfarm was bringt die naja Leder und so weil der ich ah es sterben die weil die wenn die zu viele drin sind ja jo ähm also wo ist die Endertest? warte du kriegst gleich was besseres gib mir nen Moment ich will gleich äh äh lieber ein Snack ich glaub die Legs ein bisschen ja warte 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 ich brauch einmal was rotes also wenn du bei mir das sehen willst kannst du auch eben mitgehen ich traite Wolle gegen Dias ich halte das für nen schlechten Trade ja sag mal konnte man nicht aus redstone staub roten Farbstoff machen? ja nein ach man ich muss ganz schön essen ne jo was gibts denn Papa? was? ich hab auch Hunger äh oh schön ey Spaghetti Bologna boah Digger wie geil halte ich aber heute jetzt gerade auf willst du wissen was ich heute gegessen hab? zwei Käselaugenbrezen das war's das klingt auch schon lecker ja ja was mit nichts mit Käse zwei Stück ich hab Hunger ja ja warte ey Digger Neschi treffen wir uns einfach bei dir ey komm man ja ins Ernst mit dieser Bahn ja ich weiß nicht was CamBlock wieder macht also was Dominik macht wie kommt man denn hier überhaupt hin zu diesem Park? äh mit der Bahn einfach wieder zurück ja ich weiß ja aber wo ist die Bahn? wieso? ja ich dachte du bist also hier gehts nur zu mir ne also ja egal ich komm ja zu dir ja gut ich komm auch grad zu Neschi ich hab jetzt schon eine gute Hunde dabei hier ist fest boah erstmal Shader wieder anmachen ist ja ekelhaft hier ist bei mir ja ich brauch jetzt ein bisschen viel Holz hab ich nicht vier Betten also einfach Holz warm und dann wir haben ja nischt das ist bei mir hier alles was ich gebaut hab ja ok ich geh dann essen ja ich lass mich ich lass mich hier auf diese Bank hier geh dann essen mach mal ich stimme mich auch darum dass man irgendwie keine Geräusche gehört ich werd aber ausloggen nicht dass da irgendwelche warte kurz bevor du ausloggst ich hab noch was ok null dunkel äh ausgang 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 Neschi ich muss mal kurz bei dir ne Blume pflücken mach mal sorry wie ich will ne Blume geben oder was ne was viel besseres wolle was viel besseres warte auf welcher Bank sitzt du denn ich will doch keiner machen der ist bei mir im Haus ok ich komm ins Haus das kannst du nein das kannst du ja das kannst du ja das ist einfach ein Bild ja ja oh danke bitte das ist gut da kann ich mal ganz Wolle äh wo ist noch mal die Ender Chess hier oben beim Portal ist einer da kannst du auch mit mir mitkommen boah mach ich das da rein damit ich mehr Platz habe boah scheiß ich muss jetzt komplett zurückfliegen ich find das Lager sieht sonst sei geschlossen hier in der Mitte ist heute die Ender Chess komm ich mit 5 Raketen komplett bis nach Hause? ich glaub nicht oder? hm was denn das für Raketen? äh Stufe 3 ja dann denk ich vielleicht ich weiß nicht wie weit das weg ist von hier äh im Nähte so 2000 Blöcke schon denke ich schon jetzt hab ich bloß noch 3 nicht dagegen nicht dagegen hier ähm ja ok ich glaub das reicht aber knapp 2 3 3 in der Truhe zu tun können ich geh dann jetzt schnell essen jo ja na hier hättest du jetzt nicht unbedingt auswirken müssen aber so wenn du eh länger als 5 Minuten auf Körb ist wirst du eh vom Server gefickt ok dann tschüss ne ich jummle ich so lang da haben sich keine Geräusche und sowas jo warte warte dieses verkackte Huren-Skelett ich sag's wie es ist äh ich hab's gesehen noch alter dieser dreckige weißt du denn dann noch dieser Leck ja das lustige ist wie sagt ihr schaue nebenbei selber in den Stream einfach nur um zu schauen ob es leckt Standbild äh ja aber warte ich geh mal kurz pennen weißt du das noch bin ich im Nieder ja ja aber weißt du wie für unsichernd das ist das macht mich verrückt äh hä schlag den einfach ich bin dann mal weg war ok jo weiss besser ist das spröschle ok jetzt hab ich auch gebären weiss spröschte noch mal Lava warte ich hab zu hause übelst viele Lava immer boah ist voll cool ich bin grad aus dem Neter raus und hier ist grad einfach Sonnenaufgang so ein Zufall mh 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 m weiß was nehme ich kurz mit und habe ich habe doch auch noch einen haufen ledersteine da oder eine aufenthalt nicht aber ein paar sind ja ein ganz kleines häufchen eigentlich schon fast ein häufchen elend was für eine nette begrüßung ich hasse gas junge als maul nur ich werde jetzt aber auch erstmal weg ja lasst mich alle im stich lasst mich alle allein ihr habt recht ne alles cool tu das junge du bist doch blöd wie meter feldweg bei nacht ohne beleuchtung wenn ich mir das so anschaue bin ich mir ganz sicher dein stammbombaren kreis unbegreiflich ich bin aber ich mache gut wir sehen uns mit spaß hat das gar nichts zu tun aber ich bin im stream bin ich noch im lurker jaja für die zuschauerzahl die ihre so war wie waren das jetzt mal mit den zäunen also mauer aber es gab doch auch zäune oder nicht ich meine ich mache es auch mit mauern kein stress aber verstehe ich nicht gut ich verstehe auch noch nicht was genau das hier werden soll aber ich weiß nicht irgendwie finde es halt hübsch ist es zwar natürlich nicht aber traumwelt und so so dann ein paar treppen ach bitte halt doch die schnauze du scheiß gast ja grundsätzlich kann man so machen ich würde sogar unterteilungen machen wenn ich mal hier ein bisschen was hätte dauert halt gefühlt für immer wo kommen die immer her hallo tach ja essen ist noch nicht fertig toll ich habe mich so auf essen gefreut ja was machen wir jetzt so lange das dauert halt noch mies lang jetzt ja hier warten bis meine leder ziegel durch sind ja kann ganz einfach sein muss es aber nicht aber von hier wo ist denn der weg von hier der weg von hier wohin ja die sind krass ist killer ja keine ahnung die wohnen hier ich weiß nicht warum hast du so viel arbeit weil ich gebraucht der weg von hier zu dieser bahn oder wo wir waren hier runter leider ist dieses stück bahnstrecke noch nicht gebaut da ist ein gas und ich bin tot das ist sehr doof ungünstig ja direkt bei mir im netterhaus ja ich bin da bei der bahn und dann bin ich runter ja irgendwo irgendwo da unten hier komm jetzt ja guten flug hier unten viel spaß zumindest ist der gas jetzt weg ja aber wie soll ich runterkommen zufälligerweise nicht dabei weil es sich kommt ja warte war ich hier nicht in wobei der russer wo es noch nicht so gut schnell die von dir ernten macht das wieder solange das vollmaß ist alles cool ich würde das hier wieder weg machen ja gut so oder so musst du ja dein zeug trotzdem erarbeiten dann sind wir alle wieder auf einem level ich meine tatsächlich habe gar nicht so viele spielstunden das war noch keine fünf minuten kannst du noch schaffen ja ich komme aber auch nicht mehr hoch du kannst aber auch hoch fliegen nee kann ich nicht weil ich habe keine raketen mehr anstecken man das ist halt alles gleich zum pech ich gehe mal eben ein paar raketen holen ich habe fast geschafft ich muss das ist halt so kacke man kann halt nicht mit irgendwie wasser das nieder machen das ist schlecht ja leider nicht ich hoffe dass du es schaffst pack mal deine schalker kiste bloß hin weil dann packe ich dir das zeug rein die ist voll die ist voll der wolle schlecht pack dir einfach in so eine truhe rein da wo deine ziege waren ja auch jetzt sind hier schon wieder schweinwasser in der kack ich gehe aus 4 thiis los tatschwein up 5 4 so dann mache ich mir mal kurz ein bisschen gar Ich mach mir mal kurz ein bisschen Platz. Essen nehme ich mal lieber mit. Aua. Verpiss dich. So. Ja, ich glaub sehr viel davon werden wir nicht mehr retten können. Weil halt leider sehr viel schon in die Lava gefallen ist. Ähm. Ja, nee, das war's. Mehr ist hier nicht. Ist natürlich schade. Alter, steht da so ein Reitvieh auf so einem Reitvieh? Haben die gerade Sex? Vermehren die sich gerade? Ist es das? Das schaut ein bisschen danach aus. Na gut, aber sonst ist hier, wie gesagt, leider nichts. Ich kann aber hier gleich ein bisschen Seelensand, ne? Wenn wir schon da sind. Äh, toll. Hauptsächlich Seelenerde. Das hasse ich halt. Warum gibt's jetzt zwei verschiedene Sachen davon, die beide grundsätzlich erstmal komplett gleich aussehen? Aua. Hallo? Alter, leck mich doch. Ja, Junge. Raus. Hau ab. Komm. Mach'n Kopf zu. Verpiss dich. Junge. Alter, wo kommst du denn jetzt her? Los. Hau ab. Du wohnst hier nicht. Bitte. Will der mich verarschen? Das ist eine hodenlose Frechheit. Das sag ich dir aber. Eins. Zwei. Warte, ich hole mal schnell noch vier. So, vier Stacks voll. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was raus. Nicht so die Welt, aber ein bisschen was. Der ist halt gefühlt immer noch komplett voll. Und dann brennt er trotzdem bloß noch 16 Teile. Ich weh's ja nicht. Ich weh's ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass das so sein soll. So, warten wir das mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Die dahinter kann ich mal eigentlich komplett sparen, ne? Für so'n kleinen Zombie-Pigman machst du ordentlich Krach. Mh. Mh, mh. Mh. Maul. Ich weiß auch noch nicht, was wir hier bauen. Vielleicht irgendwie eine Neterwarzen-Farm oder... was anderes. Da bin ich mir noch sehr, sehr unschlüssig. So, das war's auch schon wieder. Ja, die ist auch kacke. Du, das gefällt mir so nicht. Ich brauch hier... mehr! So, zehn Stück, wow. Immerhin, wir haben vier Treppen bekommen. Ich bin... Ah, glücklich wie nie zuvor. Jo, das passt. Da brauch ich noch ein bisschen normalen Stein-Ziegel. Das haben wir, glaube ich, auch noch, oder? Jo. So, hier... So, hier... Aber jetzt laufen sie auch einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Jo, das ist schön. Ja, sehr schön, du. So, dann guck mal. Dann machen wir hier... äh, mal die Treppchen ran. Na? Dann brauchen wir hier noch zu hauen. Und dann wäre hier dieser erste Abschnitt schon mal fertig, du. Das geht schneller als wie bei den Bahnen, ne? Super. Ist ein bisschen laut und so, aber... Ja, juckt mich nicht, ne? Das lassen wir. Ja. So. Schauen wir mal. Ich brauch hier auch noch ein bisschen Mauern, ne? Hä, du Bastard, wo kommst du jetzt her? Ich lasse es jetzt bei den Mauern. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Zaun. Also sowas. Unverschämt. So, dann holen wir da noch ein paar Laternchen. Sonne, Mond und Sternchen, ne? Ja, ja. Ich werde auch das Gefühl nicht los. Ich sollte meinen Diamant mal lieber in die Enderchess packen. Hm. Sicher ist sicher. So, die brauche ich. Ja, aber das ist Wurst. Wurst. So, Laternen. Weiß ich, ich war bei mir im Lager. Ich hätte einfach mal ne komplette Schalkerkiste voll machen können mit den Steinen. Ich bin ein bisschen dumm. Manchmal. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Kann man so machen, oder? Das blaue, diese blauen Fackel, äh, dieses blaue Feuer bringt halt nicht so viel Licht. Aber ich finde es fürs Ambiente ganz schön. Ambient Morg. Wollte ich, äh, schon fast sagen. Und? Ähm, ich konnte exakt sein Schwert retten. Nur mein Schwert? Jo, der Rest ist anscheinend in der Lava. Oh, meine Pädest. Ist blöd. Hm. So. Ähm, wäm, 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 wäm. Hier. Diese Zombies und Zombie-Pigmen gehen mir so auf die Nerven. Hast du was zu essen gerettet? Äh, nie, aber essen kann ich dir geben. Äh, nie, ich muss jetzt irgendwie wieder farben gehen. Ich hab wieder nur Lust. Ich hab noch drei Eisen. Acht Eisen. Die Öfen waren gerade noch voll, ne? Nur, um das nochmal zu sagen. Also die Lava einmal backen irgendwie. Zumindest von der Anzeige. Ähm, ich hab drei Steak. Drei. Ja, Steak hab ich mehr als genug. Ähm, das wäre eigentlich sehr gerne zu, wie heißt das, äh, mit, zu dem Teil da gegangen, wie heißt das, zu dem, in die eine andere Welt, nicht zu dem, wie irgendwo, wie ihr seid. Wo ist man schwer? Das Ende. Ja. Ja, da wirst du hier sehr, sehr lange laufen müssen. Sehr. Wie lange? Zu Fuß. Zehn Minuten. Aber ich muss ja auch, meinst du zu dem Hub oder wohin? Ich denke, zu dem Hub wirst du ziemlich zu Fuß. Fünf bis zehn Minuten ruhen. Naja, eher fünf. Der Rest geht dann mit der Lore ein bisschen schneller. Ja, die Lore ist so sehr schön. Ja, und das Problem ist, ich darf nicht auf dem Weg dahin sterben. Ja. Ich wollte diese Bahnstrecke schon ein paar Mal machen, aber... Einblock, wie viel im, in der Overworld, im Nether? Was nochmal? Ich war gerade... Wenn du ein Block im Nether travelst, wie viel sind, wenn du dann ein Portal baust, wie viel ist das denn? Acht. Also ein Block, ein Block im Nether sind acht Blöcke in der Oberwelt. Deshalb brauchst du auch, ich glaube, ein Minimum 1024 Blöcke zwischen Portal, um Neues zu generieren, in der Oberwelt. Sonst kommst du irgendwann immer am selben raus. Ich muss mich ein Gas ab, so cool. Gibt halt Möglichkeiten. Die Frage ist halt, werde ich es überlebend dahin schaffen, mit zwei Steaks nicht noch ab? Warte, ich mach den Königermin. Und das hast du alles ohne Creative gebaut, diesen Weg? ja deshalb ist er auch noch nicht fertig ich hatte dann irgendwann ist kein nerv mehr ja du bist durch alle näher biome durch dann bist du schon mal sehr richtig rechts rum recht nach rechts wenn ich da reingehe einfach da langlaufen ich habe eine rakete du bist gerade überflogen ja ich weiß kein bock zu laufen sorry ich warte am anderen ende auf dafür kriegt man level voll gut wusste ich gar nicht aber super es hat natürlich wieder niemanden lore stehen lassen ich komme sehr schnell an eisen ran das ist nicht das problem ja gut du kannst inzwischen durch die lava auch schwimmen wenn du halt diesen diese viecher da reitest ja ich kann mir nie merken wie heißen die sind halt hässlich und macht mir echt angst ja irgendwie sowas ausgeboten ausgeboten der hölle so jaja ich habe ein was hast du gerade gar keins ich bin dann weg geht es los losfahren so wer ist das versteht doch ich ich beobachte ich beobachte ich bin jetzt schon da ja also jein ich wollte den tipp geben mach das mal ein bisschen sicher ne 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 das ist das ist der nervenkitzel ich muss dich aber vorwarn die xp farm wird noch nicht so gut laufen nein 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 nee aber sobald mehrere leute im end sind oder generell wenn mehrere leute auf dem server sind dann würde ich ein bisschen ineffizienter jetzt nicht doll aber bisschen so du musst glaube ich war der andere seite du kannst was ist darunter ich nehme eine abkürzung coole abkürzung ja ich kenne da wen der wen kennt was ist das ekelhaft laut was das bleibt da das bleibt da alter ist das eklig ich musste das jetzt leiser machen sorry ich nehm mir mal ein paar xp um mein werkzeug nebenbei zu reparieren ja die läuft relativ gut 28 prozent ah ist immer noch laut ja ich habe einfach am mischpult leiser gedreht ich bin faul nimm dir so viel du willst ja ich wir waren schon ein paar mal über level 100 aber das hat irgendwie mit der zeit den reiz verloren level 30 wenn du komplett allein auf dem server bist du machst das irgendwie eine halbe stunde bist du vermutlich schon bei level 100 so dann ist der bogen auch gleich repariert sehr schön rüstung repariert alles geil die sind auch grundsätzlich alle one hit also auch mit der hand ich töte sie manchmal sehr gern mit der lore ich weiß nicht ich mag das so dann gönne ich dir mal level ich flieg mal eben zurück denselben weg zurück am besten vorher die endermen hier anlocken was geht mit die lore aber das ist meine lore den brauchst du gar nicht weil wenn du da oben durch das portal läufst kommst du automatisch wieder bei deinem letzten bett raus das portal wirst du finden ist es nicht so schwer und schau dir endermen nicht an das war laut bist du gestorben bist du gestorben ist das jetzt mein loot nein wo bist du gestorben im netter äh im end ich hol mir mal schnell meine sachen zurück sicher sicher scheiß auf die level die brauche ich ja nicht wobei wäre schon schön warte hier geht es hoch ich liebe übrigens diese wasseraufzüge so dann kann ich hier auch mal wieder so machen wir das wieder normal laut da war der sturzflug glaube ich ein bisschen zu steil die funktionier gleich wieder das ist manchmal weil ich gerade hergespawnt bin dann braucht die manchmal ein bisschen um anzulaufen ich bin zu faul deswegen habe ich mich einfach zurückgepurrt weißt du was zurückgewas also die steaks haben doch gereicht ach stimmt ich wollte ja steaks geben naja zu spät habe ich vergessen ich muss nochmal oh ich wusste es ja dass du eine spitztacke von mir aufgesammelt hast ja und zwar die mit behutsamkeit ich weiß genau was fehlt dankeschön willst du enderperlen oder so irgendwas dafür ich habe genug enderperlen man kann doch niemals genug enderperlen haben ich hätte ein eisen hätte ich gerne das hätte ich gerne ja komm ein bisschen eisen soll es als finderlohn bekommen ich bin ja kein unmensch ich schmeiß nur vorher die ganzen enderperlen mal im müll also ja einfach nur runter aua angriff weißt du wie man die schnelle weg runter wirft ja mit steuerern kuh steuerern kuh wüsste ich gar nicht ganz schön gerne ich darfst du mit er also mit dem gerechten ja da musst du aber gedrückt halten das ist immer bisschen ah guck mal was ich da gefunden hab da nein mein Feld ach guck mal das guck mal was das hier ist ne karotte nein ein ach ein chicken reiter auch süß magst du eine karotte wieder einpflanzen sonst ist mein Feld so unvollständig das ist immer verpiss dich hau ab hau 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 pietig komm mach mach mal abgang so ich würde dir komm hier steaks frisch vom boden ja ich hasst diese zombies ich bin so müde ne aber wenn du jetzt von der schule schon so müde bist was machst du denn mal wenn du arbeitest Ja, arbeiten bin ich nicht so gut. Ich bin halt gestern erst um... Wann bin ich eigentlich schlafen? Äh, nicht 90, nicht groß. 2 Uhr. Ja, das klingt nach einem ganz normalen Freitag und Samstag bei mir. Wobei ich dann tatsächlich bis 2 Uhr nachts noch arbeite. Ich... Wir traden was, okay? Das kommt jetzt drauf an. Deine Pickaxe? Nein. Gegen... Nein, ausleihen nicht viel machen, sorry. Wird nix werden, weil ich dann gleich aus dem Spiel rausgehe und... Wenn ich das nächste Mal einlogge, hast du sie noch und ich bräuchte aber wahrscheinlich. Aus dem Leih, ich mein... Geht sie dann in deinem Chat, wenn ich die rausgehe. Ich lei mein Werkzeug nicht her. Du kannst gerne enchanten, du weißt wo du Level kriegst, äh... Hier kannst du farmen, kannst du alles verzaubern. Und ich musste auch farmen. Ich vertraue immer mein Schwert. Sehr schade, ich hab 3 Gears verstanden. Ja, ist ärgerlich. Da warte ich ja looting. Warte mal, hab ich irgendwo einen Amboss? Ich hab bestimmt irgendwo einen Amboss. Ich weiß, wo ein Amboss ist. Äh, hatte ich nicht, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ich weiß, wo ein Amboss ist. Ja, ja, ich auch. Einmal. Also ich könnte dir eine Diaspitzhacke geben, die du aber auch nur noch... Auch zukünftig nur noch am Amboss verzaubern kannst. Okay, welche? Warte. Ich muss erst an meinen Amboss. Wie kann man die noch am Amboss verzaubern? Mit dem Zauberbuch. Es ist auch eine sehr, sehr besondere. Also, du solltest sie nicht verlieren. So, dann würde ich nämlich schon mal für heute Schluss machen. So langsam. Also, ingame. Im Stream brauche ich noch eine, wie immer. Man kennt's. Und kurz quatschen. Ich bin so gut, ey. Ich bin so gut, dass ich keine Hausaufgaben mehr machen muss. Äh, Spitzhacke habe ich dir gegeben. Ich brauch Holz. Ich guck mal in deinen Kisten. Äh, Holz, hier oben. Am besten, komm hier, schwarz, zack, gönn dir. Dann lock ich mich schon mal aus. Wechsel mal hier rüber. Wechsel mal hier rüber.